Torreiches Spiel heute. Sehr zufrieden heute? Ja, ich bin zufrieden mit unserer Leistung vorne vor allem. Allerdings ist es eigentlich immer das Ziel von Abwehr zu Null zu spielen. Aber letztendlich ist das Wichtigste die drei Punkte und der sechste Sieg in Folge. Das tut unserem Selbstvertrauen natürlich gut und da gehen wir gestärkt ins nächste Auswärtsspiel. Was für ein Spiel hast du heute erlebt? Ja, es wird ein Spiel, wo wir am Anfang schwer reingefunden haben und ich denke, der Platz ist auch schwer zu bespielen. Das bedeutet, spielerische Qualitäten sind schwer hier auszuspielen und ja, dann der Elfmeter, da geht der Abwehrspieler etwas blöd hin und ich schaue etwas glücklich daran in der 45. Minute, dass wir das 1-0 machen und dann können wir natürlich auch voller Power aus der Halbzeit rauskommen und das haben wir dann auch gemacht und dann muss ich sagen, haben wir offensiv sehr stark zelebriert und haben auch die Tore schnell nach der Halbzeit geschossen und nach dem 3-0, denke ich, war schon der Sack zu. Aber dann wurde es nochmal etwas spannend, aber letztendlich hat es gepasst. Ja, es hat mich heute ein bisschen überrascht, weil du es schon angesprochen hast, spielerisch war es heute schwierig, aber trotzdem viele Tore gefallen. Ja, wahrscheinlich genau deswegen ein bisschen Bälle vorne rein. Es ist schwer für einen Abwehrspieler der Platz, es ist auch schwer für einen Stürmer. Heute hatten wir vielleicht das Quäntchen Merkglück, dass es geklappt hat und dementsprechend, ja, ich wünsche Freiberg natürlich, dass sie drin bleiben. Es ist eine gestandene Oberligamannschaft und ja, für die weitere Saison noch viel Erfolg. Du warst vor allem an dem zweiten und dritten Tor von eurer Seite beteiligt. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Das dritte hast du ja geschossen, das zweite hast du schön vorgelegt. Ja, das zweite war, ich wollte eigentlich schon fast schießen. Dann hat der Dirk Brediger gerufen, ja, leg ab, leg ab und konnte dann noch reagieren, habe ihn dann abgelegt und was der Dirk dann daraus macht, ist natürlich ein Traum. Beim dritten Tor habe ich dann gerufen, der Tim hat dann mich gesehen und dementsprechend, ja, habe ich ihn dann eigentlich dem Torwart durch die Beine geschoben und war auch etwas glücklich. War wahrscheinlich noch die einzige Möglichkeit, wie der Ball hätte reingehen können und dementsprechend war ich einfach nur froh, dass wir dann 3-0 geführt haben. Ich war auch ein bisschen repliziert, an der Leiste und dann war ich froh, dass ich auch raus konnte. Hast du den Eindruck, dass eure Offensive ein bisschen unterschätzt wird? Was heißt unterschätzt? Wir wissen, wie stark wir sind in der Offensive und was andere darüber sagen, ist uns eigentlich egal. Wir schauen auf uns und wir geben jedes Mal vorne Gas. Ich versuche auch immer, mein Bestes zu geben, wie die anderen Spieler auch und heute hat es super geklappt und so wollen wir weitermachen. Den Aufstieg bzw. die Meisterschaft scheint die ja schon von den Punkten her abgeschrieben zu haben. Was habt ihr aber noch für Ziele für die Saison? Ja, wie gesagt, wir versuchen einfach, wir sind so eine Mannschaft, wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Wir sind keine Mannschaft, die auf Unentschiede spielt oder sowas und dementsprechend schauen wir jetzt von Spiel zu Spiel. Jetzt möchten wir in Fulledorf am besten gewinnen. Wird natürlich auch kein leichtes Spiel und da müssen wir auch wieder alles geben und 100 Prozent und dann hoffen wir, dass wir die drei Punkte dort auch mit heimnehmen können. Und dann schauen wir, das nächste Spiel, da kommt ja dann der Kracher. Und ja, ich denke, da ist der ganze Kreis schon heiß und ich freue mich natürlich auch auf das Spiel gegen Nöttingen. Dominik, ich danke dir für das Interview. Danke, auch schönes Wochenend.